Wir als ELO Digital Office, als Softwarehersteller, freuen uns natürlich mit der ENCOM einen starken Partner, einen langjährigen Partner zu haben, vor allem im Bereich Mittelstand und auch bei den öffentlichen Auftraggebern. Und wenn ich mir so die Veranstaltung angucke, die war wirklich super besucht und da freuen wir uns natürlich dann auch auf künftige Projekte, die es wirklich anstellt. Wir von der ENCOM bieten unseren Kunden aus dem Mittelstand mit dem ELO DMS eine Lösung, um alle unternehmensrelevanten Dokumente zentral zu verwalten. Mit der ELO E-Akte entscheidet sich der Kunde für eine benutzerfreundliche und zukunftsorientierte Lösung für die Führung elektronischer Akten. Prozesse werden optimiert, abladen, strukturiert. Als Dokumentenmanagement-System setzen wir ELO ein. Wir in Zusammenarbeit mit der Firma ENCOM. Die Benutzeroberfläche ist hier sehr benutzerfreundlich, das fällt uns eine News an. Außerdem werden auch die Voraussetzungen des E-Government-Gesetzes erfüllt und die Kommunikation mit den Gerichten ist auch sehr gut möglich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017